Bewegung und Nachladen Bei Miyuki Zodab Die Geschwindigkeit dieser Waffe beträgt 120% Mit dem Spy-Dagger erleichtert sich das Rennen, Jump und Dodgen Die Geschwindigkeit dieser Waffe beträgt 100% Der Breaker ist eine Nahkampfwaffe, die eher langsam ist Besser sieht's aus bei den Attacken, die viel Damage machen Die Geschwindigkeit dieser Waffe beträgt 70% Einer der langsamsten Waffen Ein guter Tipp Der Spy-Dagger ist eine der schnellsten Waffen im Spiel Tipp Diese Waffe hat eine große Reichweite Schießen und Nachladen Fangen wir an mit dem Turret Die Turret ist sehr langsam, schießt lang, aber wenn man trifft, hat der Gegner keine Chance Menge der Munition, 100 zu 200 Diese aufstörbare Waffe mit viel Damage ist sehr gut im defensiven Bereich Die Stop Machine Gun ist eine der besten Striker-Waffen Viel Damage, schnell und das Nachlangen geht flott Die Munition ist unbegrenzt, also 30 zu unbegrenzt Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen, wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen Ich bin die Mio und mein Channel Name lautet Mio Kizura Dort lad ich FanDubs hoch Falls ihr euch fragt, was das ist, das sind Clips, die ich neu vertone, ob allein oder mit Freunden Meisten handelt es sich um Anime-Szenen, die ich dann auf Deutsch schlabe Es würde mich also freuen, wenn ihr, ja, mal vorbeischauen würdet Bis zum nächsten Tutorial Bis zum nächsten Mal